so diesen wecker hier habe ich aus einem berühmten internationalen internet auktionshaus und das besondere an ihm das ist dass er keine glocke unten drin hat sondern eine spieluhr es gibt auch versionen dieser art mit glocke dieser wecker ist von junghans hergestellt worden und hat hinten eine kleine türe sowie eine seitenverglasung hinten eine kleine türe aufmachen kann wo man das uhrwerk gelangt hier an der seite sieht man einen kleinen schlüssel den kann man rausnehmen und somit hier das uhrwerk oder auch die spieluhr die als wecker funktioniert aufziehen um das geräusch beim laufen der spieluhr zu vermindern ist ich weiß nicht ob man das erkennen kann hier ganz leicht sieht man es rot ein rotes zahnrad dieses zahnrad ist aus pappe sehr stabil eigentlich aber wahrscheinlich auch nicht für die ewigkeit gedacht jeder funktioniert es damit noch es ist aus pappe damit es beim laufen nicht so ein klapperndes geräusch gibt das ist bei vielen uhren mit spieluhr so dass man ganz leichten klappern hört und das hat man bei diesem papp zahnrad oder auch kunststoff zahnrad später halt nicht wenn man jetzt einfach mal den wecker aktivieren dieser wecker hat keinen aussteller das heißt die uhr läuft so lange durch bis die feder für die spieluhr abgelaufen ist die melodie von diesem wecker heißt take me back to london steht auch hier unten drauf ist sehr selten dass dieser aufkleber noch erhalten ist also ein wirklich schönes stück sehr guten zustand jetzt schalten wir einfach mal die spieluhr an dann ja da 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 Und den Wecker dann auszustellen ist halt die einzige Möglichkeit, dass man dann eben die Weckzeit verstellt und später dann halt wieder auf die gewünschte Zeit einstellt. Ich habe es jetzt mal ausgeschaltet, nicht dass es die ganze Zeit durchläuft. Also wie gesagt, der Wecker ist ein sehr schönes und vor allem gut erhaltenes Stück. Das einzige Manko, was man so sehen kann, ist halt hier dieser Wasserfleck, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, was es ist. Am Ziffernblatt wahrscheinlich Öl oder sowas. Gereinigt habe ich noch nicht. Das mache ich erst dann, wenn ich komplett umgezogen bin in einer neuen Wohnung. Aber ich wollte euch diesen schönen Wecker schon mal nicht vorenthalten. Vom Werk her eigentlich auch noch einen sehr guten Zustand. Nur etwas dreckig, aber ausgelaufene Lage habe ich keine feststellen können. Ja, das war's zu diesem Wecker. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich werde mich, sobald es geht, dann auch darum kümmern. Also Servus und macht's gut.